Na hier haben sie ja ein paar die Karte ein bisschen aufgemacht. Schaut aber keiner raus doch. Doch, schaut einer raus. Haha, der Luigi. Einer links, einer rechts. So die Tore. Jawoll. Sauber. Ja, die ersten drei sind nachher da. Ja, dann kommt der Italiener und dann der Rambo. Zu oben Rambo. Ja, Rambo zum Schluss. John Rambo. Mein Name ist Johnny. Johnny Rambo. Da ist noch offen. Hat noch jemand Versteiger? Wir fusten hier! Alle im Gang, gell? Wieso fust denn der da rein? Wo ist der oben? Wo sind denn die? Aber cool, du hast den. Die sind oben auf dem Dach. Warte, ich sag's da, wenn einer von dem Raum guckt. Sag's da. Jetzt ist er irgendwo reingepft. Jetzt macht er meine Folie kaputt. Schnell, jetzt. Das ist Montagne. Montagne? Wäre von vorne kein ähnliches gemacht. Jetzt warte. Jetzt, 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 jetzt. Schnell, schnell, schnell. Schnell. Das gibt's doch nicht. Jetzt machst du. Kamera kaputt. Ja. Der hat sich ja weggeschossen. Ah. Ist du mit dem C4 weggefallen. Ha, Montagne, du. Pass auf. Tobi. Du sag's mir, wenn du was siehst. Einen habe ich draußen verletzt. Draußen. Kamera ist kaputt. Ja, dann wird er wahrscheinlich wieder belegt werden. Ja, ich trau mir jetzt nicht aus, ich gehe auch nicht. Die haben 20 Sekunden. Hinter dir. Ah. Kommen die vom rechts? 1-Op 4 remaining. 10 Sekunden zu gehen. Jawoll. Zwölbi, du Killer. Oha. Neck mich, Jammerl. Es ist gut, dass er jetzt gemessert hat. Obwohl ich ihn nicht besser wollte. Hahaha. Gut, dass er gemessert hat. Obwohl er gemessert hat. Hast du gewusst, dass die da sind? Ja. Ja, wenn du jemanden siehst oder weißt, wo es ist, dann sag Bescheid. Ich habe bis unten gewartet, oder an der Treppe zumindest. Ich wusste halt nicht, von wo sie kommen. Wenn du sagst, sie sind irgendwo bei dir oben hier in deiner Nähe oder halt im Ding irgendwo im Raum. Ja, immer so. Bei mir, ja genau. Dann weiß ich, dann hätte ich zu dir hochkommen können oder dann. Weil ich wusste nicht, kommt der links, wo der Montagne war oder kommt der von dem anderen Raum? Ja. Also immer gleich, sobald du weißt, woher ungefähr, werde Bescheid geben. Gut, aber ich habe mir gedacht, ich habe mir jetzt nicht gedacht, dass das die letzte ist, ne? Ja. Ja, egal. Ja, gut. Ja, gut. Ich kann es schon sagen, ne? Weil wenn du beschäftigt bist mit einem, bekommst du auch nicht mehr. Ja, du musst halt die Zeit haben. Das heißt, wenn du gerade in Action bist oder so, dann... Aber ich meine bloß, wenn du wartest so in dem Bad und nur wartest und hörst sozusagen aufs... Nur hörst, wo was ist oder so. Und dann was hörst. Aber wo sind die jetzt? Ja. Weil gehen wir in die Küche? Ja, Küche könnte man machen. Ich glaube, da will eh der Fuser einfusen. Ja. Ja, die sind hier drin oder so? Oh, da haben sie aufmerkt. Oh, die sind ja auch... Die sind meine hier auch... Oh, schweigen... Na, hier haben sie ja einen paar Dikard etwas aufgemacht. Schaut aber keiner raus doch... Oh, schaut keiner raus. haha der luigi der einfache tür aufgemacht barrikade wenn ich mal nicht so komme wo oben im gang oh der zerballert ich fahr mal drüber rein ist der im gang keine ahnung ja cavera war oben cavera ist die weg ja die ist runtergelaufen richtung küche ich bin hier im gang ich schau zum zur treppe habt ihr dropper aufgemacht küche ja 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 fällt eine drohne runter ja 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 und so bist du du bist Ich hab ihn gehört. Jaaa... Mein... Das Valkyrie ist offen. Nein! Shit! Wo war'n der? Können wir wohnen. Rainbow Kid. Die ist da reingelaufen? Warum ist die reingelaufen? Ein Neuralsmesser davon? Keine Ahnung, was da zur Zeit los ist. Wird nur anfangen wir's messen. Ja, weil wenn ich geschossen hätte, war der Ellen noch... Du den permanent am Ladekabel? Dein Controller? Ja. Ich mach' oben zu. Oh, du steckst... Ellen... Hat der Ellen spült und in den... Weil kannst du auch das so'n Ding legen, ne? Wenn's permanent am Ladekabel ist, dann bist du... Wenn's also da Probleme haben. Aber eigentlich muss das doch mal besser regeln. Weil's ja da am Fulchern! Wobei die haben ja immer Bluetooth-Verbindungen, oder? Egal, ob's jetzt... Aufladen werden, oder nicht? Aufladen werden, oder nicht? Da bin ich schon versteckt. Ich glaub's schon. Toll verbleiben. Google-Institut glätten. Ich hab' den Bio-Hazard-Container. Die Kamera ist in Ordnung. Die Kamera ist in Ordnung. Die Kamera ist in Ordnung. So, jetzt schauen wir mal. Ich hab' den hier drauf gemacht. Küche, kommst du rein? Ja? Die füßen bestimmt in irgendeine Ecke. Die Kirche wird reingefused. Das gibt's ja nicht, oder? Ich baller jetzt die ganze Zeit da in die Kirche rauf. Okay, innen kommen sie auch. Boah, Ahmad habe ich. Genau. Wo ist der Ahmad? Der Alicera? Ja. Ich schau mal, Cam. Bisschen gefährlich an der Position. Also vom Bikerraum der Ding ist clean. Tunnel. Und die sind vom Tunnel, oder? Ja, super. Blitz kommt einer, ja. Und der hat noch einmal für den Blitz. Was ist denn jetzt los, Alter? Hinter mir. Am Kleingang. Ich warte, im Eck steht's. Ich markier's. Ja, nochmal. Weiß ich nicht, wer das war. Die Hälte. Mein Gott. Jetzt hat er noch einen Blick gemacht. Jawoll. Ich muss eh reinkommen. Ich muss eh reinkommen. Der Ding bei uns, der geht auch ab. Wie heißt der? Anzieher? Ich darf eigentlich von meinem, vom Gang aus nicht drauf gehen. Mh. Wurde? So, Matchpoint, Leute. 3-0. Ich glaub, die probieren noch ein cooler Name. Na oben, Schlafzimmer. Nein! Schlafzimmer! Wir hab'n Fuse dabei. Kank mir über Ding einige. Fuse? Von oben runter. Vom Dach kannst du runter droppen. Ja, aber bloß Ding. Achso, im Nebenraum, ja. Fitnessraum. Oder in dem anderen von Nebenraum. Wie heißt der überhaupt? Ah, Fitnessraum gegangen, sogar. Da waren noch zwei Wings, äh, Zeiten auf. Also, ich geh' wieder von der Seite hier rein. Das mach' ich immer so gern. Von hier. Ist der auch von so? Oder wie soll ich mal? Was ist der erste Mal? Naja, mach halt. Fuse los? Dann füße ihn mal, da. Füße mich da, ja. Füße mich da, ja. Ja. Haben uns mal kaputt geschaffen. Da schießt einer raus, gell? Schießt er rein? Schießt er raus? Ja. Ich schau mal Drone, wo der ist. Ist immer noch da? Im Gang. Oh, markiere mal. Markiert. Und da ist der andere, markiert. Nein. Markiert. Ich mach mal auf. Und da ist es hier drin. Ich geh rüber in den Fitnessraum, Tobi. Das sind jetzt die letzten, oder? Ne, drei. Fused du rein? Ja. Ich halt den Gang safe. Sonst, wo bist du? Oben. Deine Seite. Und nichts gebracht. Hast du alles reingefused? Nochmal. Warte, nochmal. Keine Chance. Okay. Dann halt mal du hier den Gang safe. Ach so. Schau mal zum Gang. Ich fahr mal Drone kurz rein. Ich weiß nicht, ob im Nebenraum einer drin ist. Muss man doch eh rein. Ah, unten an der Teppe ist einer direkt an der Teppe. Pass auf. Wohl, Tobi. Ich mach mal hier auf. Drei. Puls. Nein, C4. Hat nicht. Puls ist drin. Ah. Späck, Gwen. Der Puls hat uns das alle weggemacht, oder? Ah, scheiße. Hat er dich auch wischt, Tobi, oder? Hat er dich auch wischt, Tobi, oder? Hat er dich auch wischt, Tobi, oder? Foie! Fisch! 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 Top 4 located in the biohazard container. Fisch! 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 Was ist das? All reinforced! Okay, haben wir aufgemacht. Boah. Das ist ja wohl lachhaft, ey. Ich bin weg. Ich bin weg. Du hast in eine Kontrolle zu beherrschung. Geh jetzt. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Wenn du in dieser Zone bleiben wirst, werden wir in den Hostels beherrschung. Wenn du in dieser Zone bleiben wirst, werden wir in den Hostels beherrschen. Ja, super. Scheiß Dreck. Wo sind denn die? Da. Habe ich einen weggemacht. Ballert auch noch einer. Von der Richtung. Sind die oben, oder? Nein, der Thatcher ist schon hier drin. Unten im Eck. Alle zwei. Einer links, einer rechts. So die zwei rechts. Jawoll. Der Muschis. Sauber. Das ist jetzt wieder. Basta so, hä? So. Hähä. Uuhhh. Hähä. Hähä. Hähää. Hähäää. Hähäää. 30%? Oh, nix was. Nix was. Na gut. Ich hab zwei. Was heißt? Pack? Bekommen? Ich hab eins. Ich hab zwei. Wir sehen uns hoffen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen! Bis zum nächsten Mal.